Bruder, das ist nichts, was ich ver... Bruder, ich hab's gewusst, ja? Fahr! 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 Funk! Funk! Hä? Alle? Razzia? Ich hab gar nichts gemacht, Digga! Wollen die mich verarschen? Jepa! Hallo? Manni, wo bist du? Am am Gleitepunkt, wo seid ihr? Achso, Orte Maschafter, wir stehen hier bei dem einen Autohändler-Pillbox. Ich komm hin, bis gleich. Let's go, ja? Ey, Digga, Alter, jetzt rass dich aber aus, du kleiner Sch***, Alter. Mann, Kind, Digga. Moin, Servus, Moin. Hallo, soll ich ihr Platz machen? Nee, alles gut, ich fahr mit dem Audi. Okay. Wen nehmen wir auseinander? Du siehst, wie der Guter ist und die Leute. Oha, mit Revisor? Normal. Oha. Leute! Hallo! Ihr fahrt Sonny, um was mit euch. Boah, ich sag schon, der ist tot, Alter. Alles gut. Alles gut. Ja, ich hab's gesehen, aber die sind weitergefahren, hast du gesehen? Ja, die hat Angst. S-O-Doppel-N-Y-Y, ne? Also müssen wir durch dann, okay. Ja, sind alle da. Danke. Okay, los geht's. Ja, danke. So fühle ich mich auf. Guckt mal langsam auf den Timer, Jungs. Wir haben nachher noch was anderes vor, ne? Ich hoffe, alle sind da. Wir sind jetzt dort gesammelt. Bevor outet den Schafter. Und los. Fick die Fotzen. Geht auf wieviel Uhr sollen die Paunen da leeren teilen? Junge! Ab 21.30 Uhr. Ich drehe ab! Das war natürlich was, glaube ich. Ja, du saß. Schon der zweite, wo wir reinfallen. 21.30 Uhr. Oh, sorry. Lass uns mal knallen. Kleiner Tipp, man. Nur Motor aus dem Auto auflassen, ja? Würde ich machen. Falls es knallt und wir fahren müssen. Äh, den Schafter bezüglich zu lassen wegen... Sonny, wie rennst du eigentlich rum, Alter? Gesund. Oh, oh. Ja, ist doch nicht. Guck mal deine Augenränge an. Guck mal deine Augenränge an. Was für gesund. Trendsetten. Karl, mach du Ansage, ja? F*** die auseinander. Lass die wegmachen. Hola. Da bin der Welche. Wie kommst du, der Herr? Was ist los? Äh, das machen wir da. Das ist nicht im Hause. Wer hat da noch was zu sagen bei euch? Steht genau vor dir. Das ist schön. Ich hab da mal ne kleine Frage. Wie? Was fällt euch eigentlich ein, einen von unseren Brüdern hinrichten zu wollen? Um wen geht's denn? Demetri Kasinov. Und wir haben Beweise. Kommt mir nicht mit irgendeinem anderen Scheiß. Was ist denn genau vorgefallen? Ihr wolltet ihn einpacken. Weiß zwar nicht, um was es gerade geht, aber okay. Dann fragt man deine Jungs. Weiß einer von euch, drei hinter mir, was es gerade geht. Nein. Soll ich kurz nach vorne kommen, Karl? Fahr mal weiter, hier gibt's nichts zu vor. Es ist schon gut, dass das zusammenhängt mit dem Vorfall heute. Ja genau, heute. Da wollten wir ihn nicht einpacken. Aber das ging drum, wir haben eine S-Klasse gesucht. Also das hatte definitiv überhaupt nichts mit den Kasinovs zu tun und dass wir den einpacken wollten oder sonst irgendwas. Ja, 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 ja. Lediglich um die S-Klasse... Kann das der Herr Kasinov bestätigen? Ja, ich komm mal kurz nach vorne, ne? Ja, komm mal nach vorne. Jo. So, bitte. Wer gibt euch das irgendwie das Recht, da drauf zu fahren? Macht man das so? Einfach auf irgendwelche Anwesen drauf fahren? Mit dem Helikopter zu fliegen? Ja, das Ding ist halt, wenn ich das erste Mal... Okay, hätte man drüber reden können. Aber was ist schon das zweite Mal, dass der Name Dimitri Kasino fällt, das zweite Mal, dass es von euch kommt, dass ihr ihn haben wollt. Warum? Was ist los? Wie der Klammer das jetzt oder nächstes Mal richtig? Ich hab ja gesagt, wir wollen ihn nicht haben. Wir haben einfach das Kennzeichen nachgeschaut, ob es genau das ist. Aber das war sicher, haben wir uns direkt entfernt. Dann wollten wir nochmal zurück, um zu Bescheid zu sagen. So, und der... Ja, der geht mir auf den Sack da drüben, gell? Der Typ, der dann halt... Weitig. Dann haben wir weiter. Können wir dir helfen, Kollege? Ja, ja, ich bin nicht wegen euch hier... Wegen den hellblauen Leuten hier. Ja, wie du siehst, in dem Gespräch kommen wir in eine halbe Stunde wieder. Okay? Alles klar, danke. Sehen wir dich nochmal. Knallt's. Du bist heftig, mit deinem Hemd und Revolver. Oh, richtig Padrinus. So ne, ist alles. Brauchst du es gerne? Keine Ahnung, also... Nach deinen Aussagen lügt das AC Mitglied. Ja, dann holt aber das AC Mitglied her, oder die AC Mitglied wird optimal. Hast du ihn, Dimitri? Wie bitte? Hast du ihn? Ich hab ihn gerade. Mal kurz herrufen. Also, sie haben es doch mal geschafft, das Blaulicht anzumachen, bevor sie hier 5000 Leute kaputt waren. Was war das eben? Hab ich das gesehen? Was ist hier 5000 Leute kaputt waren? Kobold, brav. Wie gesagt, das Ding ist halt, wenn es das erste Mal okay, aber das ist schon das zweite Mal. Ja, und an unserem Katz kann es super mehr sein. Ja, du kannst nach vorne sagen. Ah, yo, was geht Jungs? Tolle. Also, wirst du jetzt hier abgestritten, oder? Was heißt abgestritten? Ich weiß ja nicht, ob du dem Zeitpunkt irgendwie auf dem Anwesen warst. Ich stand hier und es wurde quasi, ja, bestätigt, dass ihr ja nichts von meinen Leuten wollt. Aber den Ding... Also, wurde ja von eurer Seite, wurde das ja bestätigt. Ich meine, der Zopf, der vor mir steht und ich meine, ein glattköpfiger war dabei. Oh, der Richter würde jetzt sagen, das sind genug Beweise, ja? Ja, für mich sind das keine Beweise. Haben wir jetzt hier ein Problem, oder nicht? Ist das hier geklärt, oder nicht? Weil wenn irgendwas kommen sollte, wir werden nicht nochmal reden. Gibt's da irgendein Problem? Bevor hier irgendeine Flüge auf den Tisch kommen. Dann reden wir nicht mehr. Also, von unserer Seite gibt's hier kein Problem. Ah, irgendeiner muss ja das schwarze Schaf sein und irgendeiner muss ja für Unruhe gesorgt haben, oder nicht? Seh mal, Mann, wenn ihr meinen Kopf haben wollt, dann sagt mir das. Habt ihr genau drei Tage Zeit und... Ach so, dann können wir gerne mal Krieg führen, ihr alle gegen mich. Ach so, FAB auf den Berg. Ich hole FAB auf den Bergen hinter uns. Kasselhoff, ich sag's dir ja. Wir haben kein Problem mit dir. Ich wusste, was vorher los war so mit dir, keine Ahnung. Die Leute, die deinen Kopf wollten, sind andern weggegangen. In die Hölle hab ich die geguckt. Allesamt. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, wie ihr seid. Geht mal nach hinten und guck mal am FAB. Ich rede von mir, auch so von meinen Namen. Also, es geht mir langsam auf den Sack. Mit ihrer, dass sie sich so eine Action haben, denk ich mal. Weil der auch altweil geworden ist. Ne, negativ. Wenn ich aber weiß, wen das rauskriegt, dann frag ich erstmal die Person. Wenn den Rambo einfach drauf war. Ja, der Person ist ja nix passiert, dann sag ich mal so. Es geht trotzdem an für die Respektlosigkeit, dass auf mein scheiß Anwesen drauf gefahren wird. Also, ihr habt kein Problem mit ihm. Nö, hab ja gesagt, wir haben kein Problem mit ihm. Also, werden wir da auch nichts mehr hören? Nö, definitiv nicht. Sonny, du wirst ergeblich gesucht vom FAB. Ich? Jo, meinten die gerade, Sonny Montana besser aus der Handy aus. Was? Wenn wir mit der Karre wegfahren. Was ist jetzt schon wieder, Alter? Kann aber auch ein Fake sein. Sagt der gerade. Kann aber auch ein Fake sein. Okay, ich mach raus, ja? Ja, immer Sonny, ja. Sag mal, Mann. Na gut. Da nichts weiter ist. Ihr kein Problem mit ihm habt. Die Sache klärt. Äh. Ich würde da noch was einwenden. Wie sagt man bei so einem Geschäft oder so? In der Businesswelt ist es ja immer so, wenn ich irgendwo hin muss und dementsprechend einen gewissen Aufwand aufbringen muss, so wie jetzt. Wir sind ja jetzt hierher gekommen und das nicht, weil wir einfach so das aus der Luft gegriffen haben, sondern wir haben ja einen gewissen Aufwand aufgebracht. Wir haben Spritverfahren hierher, ja. Wir haben die Leute organisiert und das kostet Zeit und Energie. Und bevor man sowas investiert, ist man sich ja auch ziemlich sicher und wir waren uns ziemlich sicher. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Natürlich nehmen wir das dann auch sofort als absoluten Angriff auf, wenn noch ein einziges Mal, wirklich ein einziges Mal dann jemand bei ihm im Haus ist. Wir sind jetzt hier, haben nochmal geredet und noch einmal dann rappelt es halt dann im Karton. Würde ich einfach mal so jetzt sagen. Aber ich denke, das wird dann nehme ich mal an nicht passieren. So würde ich das sagen. Aber so nehme ich so an. Demi, wenn noch einmal irgendwas da ist oder so. Ich meine, du kannst ja auch Freunde dort haben, wenn einer in freundschaftlicher Art Weise zu dir kommt, was ich aber gerade aktuell bezweifle. Meine ganze Familie hängt mit knapp 30 bis 40 Leuten. Also du erwartest keinen Besuch von Marabunta? Negativ. Alles klar. Wenn dann ein blaues Auto mal da ist, sei es, dann musst du es als Angriff sehen. Ich meine, ich kenne es, wenn ungebetene Gäste auf mein Grundstück gehen. Kann ich auch nicht ab. Absolut nicht. Dann, in wieviel Meter Umkreis willst du da so ein Ding haben da, Demi? Bei dir im Haus? Einfach mein Haus. Mein Gott, das ist eine befahrene Straße. Ja. Aber sobald du im Fahrzeug rumkreist oder stehen bleibt oder so, nicht hast du das Angriff. Ja, ja. Das kann man ja eine Zeitlang beobachten. Irgendwann sind die Bögen ja auch geklettert, wenn da nichts passiert. Und dann können ja auch vielleicht wieder Gäste kommen, ne? Aber wenn du da so Diskrepanzen hast, dann erwartest du auch aktuell keinen Besuch. So ein Ding ist das. Alles klar. Der Fabiikara steht unten am Berg. Die sollen sich verpissen, gell? Ich habe nichts gemacht. Ich habe schon wieder Flugmodus. Okay, dann. Okay. Dann ist das ja geklärt. Dann auf angenehmen Abend, ne? Ey, sind die wegen mir da? Ja. Ja, labern die, labern die. Aber wahrscheinlich ist das nur die Falle so, ne? Also, anhaltlich lang war für Mord und Widerstand. Ah. Weint die Kleid, Bruder, ne? Dass du gekommen bist. Get up, boys. Hopra! Was los? Nickass. Soll ich da mal so im Funk so Bluff sagen? So, ey, okay. Nächstes Mal anrufen. Nächstes Mal anrufen. Weil wir haben uns richtig Mühe gegeben, dass gar keine Information rausgeht. Und wenn dann sowas im Funk kommt, wenn Michael da ist. Und der... Ja, hast du recht, hast du recht. Sehr gut. Dann können wir alle noch essen und so weiter. Na, und dann geht's ab. Hörst du Funken? Tommy, Junge! Hä? Sonny, 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 wir haben eine Drohne dabei. Also, weil du gerade im Funk, äh, besprochen hast. Oh ja, wir können ja alle hier... Oh, 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 oh. Wer ist die Drohne? Wer ist die Drohne? Micha, Micha, Micha. Oh, Junge, diese Drohne facken mich ab, diese Undercover Drohnen, Digga. Ich hab jetzt aber nichts Schlimmes gesagt, ne? Nee, nee, nee. Zum Glück hab ich nichts gesagt. Oh, 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 oh. Das war knapp, Alter. Und was gibt bei dir, Bruder? Was hast du gemacht? Och, Digga, hier, da, dies, das, Digga. Nicht viel, Bruder, sogar. Ich hab immer noch das Gefühl, dass ich gesucht werde vom FYB, gell? Und was wollen die von dir, Junge? Ich bin friedlicher Bürger hier. Ich weiß nicht, was die Leute denken, aber... Ja, sowieso. Weißt du, ich mein, du hast sogar eine Kampagne... Ja, klar. Äh, Krebskanke, also für... äh, Krebskanke. Ja, na klar. Soziales Engagement, Digga. Ich bring auch wieder Willen in die Slums. So ein Ding ist das. Ja, nochmal. Also, ich mein, ich verstehe auch nicht, warum wir dich suchen. Keine Ahnung, aber... Ja, Obststamm. Ich komm dann, äh, rechtzeitig zum Human Labs, bis gleich dann. Nein. Ey, das war scheiße, was du jetzt gesagt hast. Können wir alle noch essen, und so weiter. Ja, und dann geht's ab. Hörst du Funken? Toni, Junge. Hä, was? Sonny, 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 wir haben eine Throne dabei. Also, weil du gerade im Funk, äh, besprochen hast. Doch, Digga, ich muss jetzt echt kurz los. Ja, aber hast du gesagt, das wegen Human Labs, weil... Nein! Ja... Ja... Boah, ich hasse das, weißt du? Ich hasse das, wenn die immer hier nicht halten. Das ist ein Waffendeal. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt... Habe ich jetzt Human Labs im Funk gesagt? Ja, ja, ja. Wie kann ich mich retten? Schnell, 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 wie kann ich mich retten? Los, 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 los. Growth Deal! Growth Deal, meinte ich. Growth Deal, meinte ich. Growth Deal. Müssen ja die Waffen ausliefern. Genau. Habt ihr mich verstanden? Growth Deal, meinte ich. Weil wir müssen die Waffen ausliefern. Ich hoffe, ihr habt die, äh... Die Autos voll gemacht. Schau mal, Adi, ob alle rausgeholt wurden. Wurden alle Waffen rausgeholt? Für den, für den Deal? Ja. Gut, gut. Ja. Oh Mann, eben noch drüber geredet, Junge. Was machst du? Amina Siki. Ah! Ey, äh... Oder? Bruder. Hä? Lass mal gleich Paletto, ja? Ich muss dir was geben. Ach so, die Waffen, gell? Ja, ja. Warte, ich muss 171.000 einzahlen, ja? Ja, Mann. Ich hab gehört, du machst Knete jetzt, Digga. Ja, von wem, Mann? Ich krieg alles mit. Bruder. Mal mach sein Geld, ja? Ja, Mann. Bruder, mal korrekt sein. Nee, die Standardzeit, weißt du es selbst, Digga. Brauchst du paar Nummern, Digga? Ich geb dir paar Nummern durch, okay? Nee, Bruder, mach du, Digga. Du gönn dir, ich schwör, gönn dir alle, Digga. Bruder, nein. Nein. Hör mal zu, Bruder. Das Ding ist, kennst du, wenn du, zum Beispiel, du machst jetzt Geld, ne, Bruder? Ja. Mit Porto Rico, Digga, und Porto Rico ist normal, Bruder, und du fährst ins 500 Millionen, ja? Beispiel, jetzt einfach übertrieben, okay? Und danach, äh, würdest du das nicht weitergeben, Digga? Also, du kannst doch, du kannst sogar die Hälfte abgeben und du bist trotzdem noch, äh, ja, Digga. Am Paddel machen, weißt du, Bruder? Ja, ich weiß, was du meinst, natürlich will ich das abgeben, das ist ja auch nett. Ja, Bruder, und ich will das abgeben, deswegen. Du sollst es nicht abgeben. Und die Leute holen auch von dir. Hundert Prozent. Hundert Prozent. Die werde ich anrufen. Gönn dir, Digga. Ich würde es nicht gemeint, Digga. Soll ich dir machen? Ich mach dir einfach deine Deals? Nein, Digga, nein, nein. Willst du nicht? Du weißt auch mal diesen Standardsatz, den wir mal bringen. Ja, Mann. Äh, gib mir jemandem Macht und du siehst ein richtiges Gesicht, weißt du nicht? Repatisierung, Bruder. So'n Ding ist das. Ey, ich muss das Ding ausmachen, ich glaube, er verwisert mich, ne? Ja, okay. Pass auf jeden Fall auf, Digga, ne? Die sind über alle. Zwei Stück, okay, nehm ich? Oder wie viel? Nein, nimm alles. Ich brauche gar keinen. Ich benutze das nicht. So, ich bin full. Kannst du ne Geist auf die Hand nehmen? Äh, ja. Und die Pumpka, nein. Komm, Digga. Du lassst einmal verstauen. Ja, Mann. Äh, eins ist die im besten, ne? Jaja. Boah, jetzt müssen wir mal aufpassen, ne? Ich muss das nochmal rausmachen, Digga. Ich hab jetzt ein bisschen Angst, gell? Weil ich muss ein... Ich schieße. Hast du nichts? Flogen wir das mal nochmal? Ne, jetzt. Ich hab gerade raus, Digga. Ist ja das Handy manchmal in der Tasche festgeklebt, ja. Ne, ne. Ja, Bruder. Aber das ist so ein Film, also das ist jetzt... Äh, ich sag halt, Digga. Das ist jetzt nichts, was ich, äh... Bruder, das ist nichts, was ich... Bruder, ich hab's gewusst, ja? Ich hab's gewusst, ja? Ich hab's gewusst, ja? Bruder, ich hab's gewusst, Digga! Gib Gas, Digga! Ich will Funk durch! Funk einfach durch, Digga! Bruder, fahr, fahr, fahr! Digga, Waffen sind weg! Gib Gummi einfach! Fahr! 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 Funk! Funk und... Digga, keine Ahnung! Funk sagt, wir werden... Scheiß drauf, Bruder, scheiß drauf! Das Ding ist... Die verfolgen uns grad nicht, Digga! Oder siehst du dir? Die beiden kommen, Digga! Oh mein Gott! Bruder, die drehen! Die holen unser Arsch, Bruder! Gib Gummi, Digga! Was ist das? Keine Ahnung! Funk, Funk sagt... Fahr Base, ganz schnell! Base! Wie können die mich verfolgen? Ich hab jetzt Flugmodus drin! Bruder, fahr zicke zacke, Digga! Fahr links, rechts! Fahr links oder so! Fahr Berge, Digga! Ah, die Input auf uns sind weg, Digga! Ah, Bruder, fahr gut, fahr gut! Nein, die ficken uns! Fahr Base! Oh mein Gott! Schaff da, schaff da, schaff da, schaff da! Wir müssen... Wir müssen die Maske ziehen! Ich hab keine Maske, Bruder! Nein! Fahr, fahr, fahr hoch, Digga! Fahr hoch, fahr einfach Base! Was ist denn das? Fahr vorbei! Die fangen weiter! Hä? Okay, wir sind entkommen, wir sind entkommen! Alles gut, alles gut! Oh mein Gott, Digga! Was war das denn, Digga? Was ist denn das, Digga? Ey, die verfolgen Sony, ja? Scheiße, Digga! Bruder! Hallo? Hey! Schon wieder? Fangio, Fangio, Fangio! Bruder, wir müssen die Waffen wegbringen, ne? Wo, 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 wo sind die? Sony, Sony, die fahren zu uns in die Base! Hä? Alle? Ja! Razzia? Wie? Die orten mich, glaub ich, Digga! Halt's Maul! Nein, 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 das kann nicht sein! Das macht keinen Sinn! Das macht keinen Sinn! Ich weiß nicht, Digga! Nein, 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 nein! Warum wollen die mich schon wieder? Die fucken mich ab! Ganz sicher! Ich hab gar nichts gemacht, Digga! Wollen die mich verarschen! Jedes Mal! Bruder, fahr mal irgendwo unter eine Brücke oder so, Digga! Sind die alle in der Base? Die meinen, die machen jetzt Razzia bei uns, Digga! Das sind so 5, 6, 7 Autos oder so! Bruder, wir müssen die Waffen ganz schnell wegbringen, Digga! Okay! Wohin, Digga! Du, Bruder, hast du Flugmodus? Machst du? Mach du auch! Mach du auch! Digga, mach Flugmodus jetzt! Ich muss Flugmodus machen! Ich mach ganz kurz Flugmodus! Ja, ich bin aus dem Punkt! Digga, Bruder, oh mein Gott! Digga, wir müssen auch den Schafter wegbringen! Fahr, Fahr, Fahr! Ey, Digga, da unten! Oh nein! Oh! Alles gut! Digga, warum wollen die schon wieder meinen Arsch? Hey! Digga, ich bring die alle um, Digga! Ich rast's komplett ab! Was ist das für ein Baum, Digga? Junge, hey! Was hast du gemacht, Bruder, Digga? Digga, was? Weiß nichts hab ich gemacht, Digga! Oder? Digga, ich... Nee, nee, ich pack mein Handy in den Koffer rum, ja? Digga, mach einfach alles weg, Digga, mach Flug, alles, Digga! Ich schluck nur das jetzt, ja! Sonntag, Bruder! Danke! Ey! Ja, Bruder, bitte! Bitte! Komm mal, wegen sowas müssen wir doch den Schafter ficken, oder nicht? Ohne Witz, Digga! Ich schwör, Digga! Das reicht! Digga, wir müssen Waffen schnell verstauen, Digga! Die sind zu uns weg, Digga! Safe, ja! Pfn,icio, muss ich in Richtung gehen! Ja, deine raus... Wenigstens... F Sache! Jäu-U-Tit! Je laurent... �